Hey, meine Herren Bauken, herzlich willkommen in der heutigen Episode haben wir eine Lucky Block Tür. Die seht ihr hier. Und jedes Mal, wenn wir sie öffnen, kommen wir in ein neues Gebiet, was sich dahinter versteckt. Wir können beispielsweise hier einmal testhalber öffnen. Au, das ist direkt negativ. What the heck? Boah, direkt wieder zu, Elina, direkt wieder zu, das Ding, ey. Wir machen nochmal auf. Ah, das sieht schon besser aus, das sieht schon besser aus. Ah, lol, das ist ja richtig cool. Mit dabei ist Austin Malensky. Moinsky, ich gehe fett. Aber mit, also hier gibt es aber gar nichts, ne? Doch, sollen wir mal den Knopf hier drücken? Ah, hier gibt es einen Knopf, ja, drück mal. Okay. Ich dachte, ja, komm, das ist das. Denn das Wichtige ist, mit je... Oh ja, au! Jo, jo, die Toilette ist mit OP-Stuff verstopft. Kann man das nochmal machen, Alter, oder was das? Nee, es geht da einfach, scheiße. Okay, zurück. Denn das Wichtige ist, warum wir jetzt Ausrüstung bekommen haben, mit jeder Türöffnung wird es immer, immer, immer wahrscheinlich, dass der Lucky Block Boss kommt, gegen den wir kämpfen müssen. Das heißt, wir brauchen auch eine gute Ausrüstung. Und auch kräftig Likes, Leute. Und Abonnementsen zum Kommentar. Und grundsätzlich könnt ihr mal alles machen, okay? Sonst drehe ich mich hier so schnell im Kreis, dass euch übel wird. Wir öffnen die Tür. Oh, eine Disco. Oh, cool, die Schafe tanzen. Tanzende Schafe. DJ die Kiste mit Netherite. Oh, da versagt mir direkt... Brauchen wir die Schallplatten? Nee, Schallplatten brauchen wir nicht. Die sollen mal den Dis... Mann, die Musik ist mir viel zu nervig. Wir gehen wieder raus, ey, das war's. Wir haben die in seine Netherite-Rüstung abgezogen und fertig. Hier, du kriegst die Brustplatte, ich krieg die Schuhe. Da wird fair geteilt hier. Boom, was haben wir jetzt? Fragezeichen. Ich krieg die Brustplatte, das ist fair geteilt. Das bedeutet doch, aber bedeutet das nix? Hey, nein. Das bedeutet aber nix. Versuch du mal. Fragezeichen? Ich glaub, das macht nix, oder? Nee, ist ein Fake. Ist eine Prank, ist eine Pranktür. Hang auf. Oh, was haben wir hier? Hier ist eine Kiste, ne Barrel. Fass. Nichts drin. Au, nein, 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 nein. Hauen sie rein. Aber vielleicht hätten die was gedroppt, was Gutes. Die waren eh über Lava. Nein. Konntest du nix machen. Zack. Oh, nein, den drückst du mal besser, Idina, drück du dir immer. Da weiß ich auch nicht, was jetzt... Drück! Ja, nein. Na, zum Glück haben wir so Sachen nicht verloren. Ist jetzt hier was drin? Ein Goldblock. Bringen wir mit der Hand ab. Wir sind keine Mönche, Elina, das war eine andere. Zu, auf. Nein. Nein, Elina, läuft wieder rein. Das war doch klar, dass das eine Fall ist. Ich könnte ja auch was Gutes gewesen sein. Junge, der hört gar nicht mehr auf, Alter. Das ist eine Sniper-Rifle oder so. Soll ich die Tür zu machen? Ja, mach mal zu, das hört ja gar nicht mehr auf, ey. So, erstmal ein Brett essen. Zack. Oh, ein Schmied. Du kannst dich hier equippen. Oh, ja, 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 ja. Hier ist eine Axt, kann man die aufsammeln? Nee, ist nur Deko. Okay, rumba-de-mumba. Aber hier, ja, wie wär's denn für? Ah, oh, nein. Ich bin so gebrochen, Elina. Der gibt dir neun Smaragde für den Skelettschädel und dann kriegst du die krassesten Sachen und rate mal, wer einen Skelettschädel aus der Kiste hat und den dann einfach weggeschmissen hat. Oh mein Gott, du hast ihn an die Wand gebaut. Ja, Mann, ey, 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 das wär so ein krankes Zeug gewesen. Oh, nee, du. Oh Mann, ey, aber das kann man doch auch nicht wissen. Ja. Warte, vielleicht in den Fässern. Oh, ja, wichtig, dass ich hier nachgeguckt hab. Sind sie hier drin? Kupfer. Nee, also einen Kopf haben wir leider nicht, ne? Aber einen Ampen. Okay. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Eisen. Ist gut, ich hab ne Eisenachse, das ist schon mal strong. Und ein Amboss, Eisen. Warte, jetzt können wir doch direkt hier auch braten, oder? Jetzt brauchen wir nur noch, hm. Ja, wir bräuchten eigentlich einen Eimer, aber wir haben nicht für uns vier und drei Eisen. Scheiße. Ich hab einen Lava-Eimer. Oh ja, nö, perfekt, dann hier in den Ofen rein. Jawohl, jetzt braten wir das Eisen. Haben wir ne Spitzhacke? Haben wir nicht, ne? Das könnte man hier Kohle auch abbauen. Mm-mm. 20 Eisen, das muss reichen. Wir haben doch keine Zeit. Raus. Tschüss, Schmied. Zack. Und bumm. Sag mal, Zoo. Chicken. Schweine. Ein Stein. Hm? Villager. Wie ist ein Villager? Ich schwere mir aber nix. Aber dieser Stein, der hat doch was zu bedeuten, oder? Nee. Das ist wirklich einfach ein Stein, den man sich angucken kann. Hm. Ich glaub, das hat hier keine tiefere Bedeutung, Elina. Hier ist nix versteckt. Das glaube ich auch. Das ist einfach ein Zoo. Einfach ein schicker Zoo. Tür zu. Tür auf. Oh, Amogas. Amogas. Oh, der Emergency Button. Okay, ich drück ihn. Alter. Meeting einberufen. Oh, pff. Alter. Oh, oh. Die neuen Spieler sind Sass. Lass sie killen. Wir sind tot. Warte mal, wir können wieder reingehen und jetzt zurück töten. 200 IQ. Scheiße, geht nicht. Geht nicht. Mann, ey. Die haben uns rausgevotet. So, tschüss. Sogar uns beide. Hero Brian. Mach schnell wieder zu, Bang. Ich bin Hero Brian. Weg. Ein Eiswagen. Na, der gibt mir diese Weibschlitte. Wie der Ice Cream Man. Dieses Horrorspiel. Die muss man ganz ehrlich sagen. Aber okay. Jetzt hab ich kein Eis bekommen. Ich hab ein Eis. Ich hätt gern Eis. Dann kannst du nicht alles haben, aber ich will auch ein Eis. War's das? Hier, nimm ein Eis. Soll ich das essen mal? Unzerstörbar. Oh, das hätte ich, glaube ich, nicht hier essen sollen. Ich hab Gehirnfrost. Ja, das hab ich jetzt nicht. Oh Mann, ey. Okay. Tschö. Auf. Nee, Wächter. Ey, da hab ich ja gar keine Mauke für. Ich schwimm durch. Ich schwimm durch. Warte. Hier ist eine Barrel. Gold ist hier ganz viel drin. Gold, Äpfel und so. Ja, Lünen, 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 Lünen. Habs, Habs, Habs. Okay. Was gibt's hier noch? Haben wir hier noch eine zweite Barrel? Hier, ach, in der Mitte. Die hast du, ne? Okay. Ja, die hab ich gefunden. Nee, ich glaub, das war's. Oh. Oh, wir trinken. Raus. Nee, da. Raus. Oh. So. Auf. Oh. Oh, wir sind in einem Bienenstock. Ja. Oh nein, die sind aggressiv. Drei Tode Brodies, Alter, Elina. Ich bin anders blöd. Nee, jetzt nicht verbrauchen, schnell. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Die Alchibie ist rausgekauft. Ey, du hast mich rausge... Oh, sorry. Elina, Alter, hier. Aber nicht verbrauchen, ne? Okay. Die brauchen wir erst für den Kampf am Ende. Vielleicht sollten wir uns auch erst mal ausrüsten, weil ich weiß ja, also es kann ja jeden Augenblick auch der Boss kommen, ne? Okay. Nicht, dass der plötzlich dasteht und wir haben nicht mal Rüstung gegraftet. Wir müssen anders an Holz kommen, Elina. Man kann ja nichts abbauen. Wir dürfen nur Sachen aus der Tür nehmen. Okay. Da brauchen wir wie vor eine Bergbank mal noch, ne? Ein Spawner Room. Was ist in der Kiste? Kannst du Level boosten, macht das Sinn? Ja, nichts Besonderes. Da brauchen wir auch Eisen hier bei mir. Köderbuch ist ja absolut Thresheroni, Alter. Oh, schön. Wollen wir uns hier ein bisschen leveln, boosten? Aber eigentlich haben wir 11 Level. Das reicht für Full Enchantment eigentlich. Raus. Zack. Zack. Was haben wir hier jetzt? Au. Magier. Schalker Box. Alter, ich habe hier so heftigen Sachen. Ganz viel Gold. Ja, ich habe auch mega viel Gold. Hab alles. Okay, okay. Dann haben wir alles. Hier ist noch einer. Zum Glück geguckt. Okay, ja. Gold abfüllen. Ein paar Flasche Ronis. Viel Gold. Haben wir alles. Raus. Zack. Gefährlich, gefährlich. Wir machen auf. Was haben wir hier Schönes? Eine Bibliothek. Mit einem Room. Schutz 3. Schärfe 4. Und noch ganz viele weitere Bücher. Aber wir... Ey, Elina. Oh nein, die Dinger bewegen sich. Ich wusste es. Das greift uns an. Dich an. Oh Gott. Das ist doch mal auf. Die Regale. Alter, die Regale. Oh Mann, oh Backe, ey. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Verzauberungstisch. Weil den ersten konnten wir ja nicht machen, weil ich den Skelett durch sehr geschmissen habe. Oh. Das ist ein Schlafzimmer verkehrt rum. Hier sind Dias in dem... Einen Kuchen. Eine Werkbank. Wichtig. Ist eine Werkbank, Elina. Kein Verzauberungstisch leider. Okay. Dann mache ich mir jetzt mal eine Eisenbrustplatte safe. Ne? Du brauchst noch eine Axt, oder? Ah, wir haben kein Holz. Eie, Scheiße. Fass. Sticks. Zum Glück habe ich das gesehen. Adler-Auge, Alter. Jo, Ben. Guck mal an die anderen. Oh, lecker. Ja, wollte ich mal eine Diabustplatte machen. Okay, nice. Hä? Ach so. Da machen wir dir mal eine Dia-Axt, würde ich sagen, oder? Ich brauche nicht. Ich habe schon eine Eisen-Axt. Kriegst du hier, bitte? Schuhe, Hose. Aber wir haben eh genug, so. Hier hast du Schuhe und Hose. Ich brauche Hose, Helm. Ja, mal kann ich ja jetzt zumindest mal machen. Wir machen mal das hier. Das heben wir auf. Vielleicht brauchen wir es noch. Zack, zack. So. Ah, am Anden wichtig. Genau. Mit dem kann man nicht interagieren. Scheiße. Mann. Hä? Das Rote war doch nicht schon immer da. Das hat er gerade da gespawnt, oder? Wieso kann ich nicht? Kann ich noch mit der Werkbank? Ja. Wieso geht mit dem Amboss nicht so? Ich habe doch einen Amboss. Das ist doch alles scheiße, Elina. Hier. So, jetzt machen wir die Axt. Und dann mache ich Schärfe 4 drauf. Da nehme ich meine Dia-Hose. Da mache ich Schutz drauf. Boom. Hast du noch was irgendwie an Ammen? Ich habe Köder 3. Ja, die hätten wir vielleicht aufheben sollen. Ich habe gar keine Spitze, um das Ding jetzt aufzunehmen. Doch, wartet. Ich kann eine machen. Das ist gar kein Problem. Boom. Perfekt. Ist gebrokt. Raus, du Elina. Wiege im Krankenhaus. Was ist das denn? Was ist er denn? Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Echt nicht? Candyland. Alter, doch nicht Candyland. Doch, kein Candyland. Frank. War wirklich ein Prank. Aber ihr musstet sich was verstecken. Ja, ja. Ja, das sieht mir gut aus. Unter einem Kirby-Safe. Oder vielleicht eine Schalka oder so. Auf dem Boden. Ja, anscheinend nichts. Ich sehe eine schwarze an der Decke oder so. Könnte ich mir noch vorstellen. Aber sehe ich jetzt auch nichts. Nö. Raus. Nee. Das ist der Boss, Elina. Das ist der Boss. Oh mein Gott. Oh, Karamba, die Mamba-Züge haben wir uns ausgerüstet. Alter. Oh mein Gott. Oli. Ich esse einen Goldapfel. Ich nehme meinen Schulte. Der sieht irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Sieht der gefährlich aus oder wack aus? Ich kann mich nicht entscheiden. Der sieht, glaube ich, gefährlich aus. Wir können doch nicht hin. Wie, wir können nicht hin? Na klar, Attacke. Nee, da... Oh, hier ist ein Lucky Block Schalka. Ah, da müssen wir die zuerst killen, wahrscheinlich. Ein Lucky Block Schalka. Hä, was ist denn er denn? Oh ja. Was ist das denn jetzt? So, die konnten ihn damit abschießen. Das ist eine Kanone, Ben. Wow. Okay, cool. No, so fliege ich. Alter, der hat sich jetzt komplett weggescheuert. Ich fliege. Wie lang? Darf ich ihn jetzt sagen? Nein, ich fliege. No. Oh, was macht er denn jetzt? Das war so ein Erdbeben. Ja. Boah, der hat ja mehr Attacken, als ich ziehen kann, ey. So, was kommt jetzt? Wieder Erdbeben. Kein Problem. Das geht nur auf Nahkampfrange. Ja, wir haben ihn aber erst einbiken abgezogen mit der Kernel, ne? Oh, Feuer, okay. Löschen wir wieder ganz schnell. Kein Problem. Das ist ein Goldapfel zum Gegenheilen. Erdbeben. Oh, Tränke. Hä, waren das Heiltränke? Sagen wir so aus. Na, danke, hast mich geheilt. Verrückt. Boah, keine Kanone. Nee, was ist das denn jetzt? Ich muss mal ein Kiel mischen, oder? Heftig nach oben, Kacke. Was ist jetzt? Ah, Schalker. Danach ist ja die Kanone gekommen. Ja, ja, guck mal, ob jetzt die Kanone wiederkommt. Und ja. Nee, Trank. Mann, ey, der hat mich so gelockt, ey. Oh, Alter, hä? No. Lucky wächst. Boah, die sind ja gefährlich. Die sind so schon gefährlich. In Lucky Version sind die ja absolut illegal. Blaze ist jetzt auch noch. Oh, man. Der ist tatsächlich ziemlich schwer, der Kampf. Bin doch gleich tot. Zusammen mit den Wächs ist das ultra schwer. Naja, wir brauchen, wir müssen die Wächs hier schnell eliminieren. Das sind übrigens Lucky Blazes auch, ne? Ja, ja. Jetzt brenne ich von der Blaze. Alter, Zombies. Lucky Zombies. Jetzt haut der allesamt Mobs raus, was es gibt, ey. Das klingt mir nach Grande Finale hier gerade. Wir haben den gerade mal ein Bike abgezogen. Ich kriege mir eine super Kanone, die dann mehr abziehen kann oder so. Okay, wäre jetzt nochmal ein Goldapfel. Haben wir etwas Struglamentes, Leute. Was Probleme? Lol, Rainbow Lucky Schleims. Ich will das nicht wissen. Die sehen ja ultra cool aus. Alter, Rainbow Lucky Block, okay. Übern heiß. Aber das sind so Magma Schleims. Naja, die haben so Doppeltexture. Zum Glück sind wir zu zweit. Allein wäre das hier richtig ruppig, ey. Das wäre richtig ruppig. Dann hast du nämlich auch noch eine Axt. Alter, die Blaze, die stackt sich hier langsam. Nimmst du jetzt schnell killen. Ich würde ja jetzt Selina fragen, ob sie bereit ist für den finalen Schuss. Du hast ne Doppelkanone? Was das denn jetzt, ey? Haha. Aber der TS-Terver von uns ist abgeschmiert. Ich kann gerade mit Elina nicht reden. Aber wir verstehen uns so. Und der Lucky Block Boss ist... Gib mir mal her, die Moneten hier, ey. Die Level. Hui, jawoll. Ender-Drachen-XP ist das hier. Nice. Das sieht doch sehr, sehr lecker aus. Das war ein sehr cooles Abenteuer. Ich hoffe, sehr euch hat es gefallen. Die Lucky Block Tür. Flankt den Like-Button. Abonniert den Kanal. Klickt jetzt auf das Video, um direkt zum nächsten Video zu kommen. Bis gleich. Euer Benson. Ciao.